Kevela André aus Kevela ist bei der Kultserie der begehrteste Bauer. Er hat sich entschieden, Julia mit zur Hofwoche nach Kevela einzuladen. So läuft es bei den beiden. Die 19. Staffel der Kultserie, Bauer sucht Frau, nimmt langsam Fahrt auf. Zu Beginn der Hofwoche wurde es richtig dramatisch zwischen Kühlen und Strohballen. Zwischen Pferdewirtin Carolin und Lukas hat es einfach nicht gefunkt. Er musste den Hof verlassen. Stattdessen bekommt nun Marcel ein Chance. Bullenzüchter Siegfried, der sich gleich zwei Frauen mit auf den Hof genommen hatte, muss sich für eine entscheiden. Denn zwischen den beiden Damen knirscht es heftig. Es geht also rund auf den Höfen. Harmonie pur herrscht dagegen bei Milchbauer André aus Kevela und seiner Julia. Die beiden kommen sich näher. Wir sammeln viele Pluspunkte füreinander, sagt Julia, die ganz begeistert ist, als sie die kleinen Kälbchen versorgen darf. Ich bin hin und weg, da geht mir das Herz auf, sagt sie. Von André sei sie beeindruckt, auch weil er sich Zeit nehme, um ihr alles genau zu erklären. Höhepunkt ist für sie, als ihr André ein Kälbchen zeigt, das gerade erst geboren wurde. Es ist der Wahnsinn, dass ich so etwas erleben darf, sagt sie. Die Versorgung der Kälber würde sie gerne übernehmen, ergänzt die 29-Jährige, der die Arbeit auf einem Hof offenbar Spaß macht. Sie sieht sich bereits als Kälber-Mama. Auch auch vor großen Tieren hat sie keine Angst. Gemeinsam mit André treibt sie die Kuhherde zum Melken in den Stall. Nur mit dem Schuhwerk ist André nicht ganz zufrieden. Du bekommst jetzt erst einmal Gummistiefel, sagt er und hilft Julia in ihre passenden Schuhe für die Arbeit auf einem Hof. Das ist mein Cinderella-Moment, sagt Julia lachend. Und dann werden auch schon erste Zukunftspläne geschmiedet. André zeigt Julia den Dachboden, den er für seine zukünftige ausbauen will. Ich bin jetzt in einem Alter, da denke ich schon daran, eine Familie zu gründen. Der 33-Jährige hat sich die Folge auch im Fernsehen angeschaut, denn was genau gesendet wird, weiß er vorher nicht. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden. Die Folge war echt sehr gut, sagt er. Am nächsten Montag ist bei der nächsten Folge zu sehen, wie es bei Julia und André auf dem Hof in Kevela weitergeht. Und dann geht's mit der nächsten Folge zu sehen, wie es bei Julia und André auf dem Hof in Kevela weitergeht. Und dann geht's mit der nächsten Folge zu sehen, wie es bei Julia und André auf dem Hof in Kevela weitergeht. Und dann geht's mit der nächsten Folge zu sehen, wie es bei Julia und André auf dem Hof in Kevela weitergeht. Und dann geht's mit der nächsten Folge.